Hallo, ich bin Larry Herbeck, der Major Nelson von Xbox Live. Willkommen zum Tactical Taco Party Pack für Plants vs. Zombies Garden Warfare. Diese taco-lastige Erweiterung erscheint am 1. Juli kostenlos für Xbox One und Xbox 360. Garden Warfare hat frischen Wind ins Shooter-Genre gebracht. Selbst die Spielaspekte, die früher eher langweilig bis schwierig waren, sind bei diesem Spiel knallbunt und voller Humor. Was hat also die neue Erweiterung zu bieten? Zunächst einmal die neue Karte Jewel Junction im Western-Look. Zentrales Spielelement ist hier der Zug, der regelmäßig mitten durch die Karte donnert. Aber in Jewel Junction sind noch eine ganze Reihe weiterer Easter Eggs versteckt. Fans von Commander Shepard sollten genau hingucken. Die Karte kann in den Modi Team Sieg, Gartenzwergbombe, Gartenkommando und vor allem dem brandneuen Spielmodus Abschuss bestätigt gespielt werden. Für die, die dieses Konzept noch nicht kennen, hier erhält man Abschüsse nur gut geschrieben, wenn man die Hundemarken des eliminierten Gegners einsammelt. Beziehungsweise in diesem Fall die Deppi-Kugel. Dadurch müssen die Spieler ständig Risiko und Belohnung abwägen. Lohnt es sich, das offene Schlachtfeld zu überqueren, um die Kugel zu sichern und damit für das Team zu punkten? Neben der Karte und dem neuen Spielmodus bietet das Tactical Taco Party Pack auch einige erwähnenswerte Spielverbesserungen. So gibt es acht neue Spezialwellen und eine neue Herausforderung im Gartenkommando-Modus, die noch mehr Abwechslung ins Spiel bringen. Außerdem zwei neue Spielcharaktervarianten. Die Citrus-Kaktee beschießt Feinde mit Dreiersalven von Orangenspalten. Der Bärenwerfer hat einen extra großen Umgebungsschaden, schießt dafür aber etwas langsamer. Des Weiteren gibt es eine neue Playlist für den gemischten 8-gegen-8-Modus mit Gartenzwergbombe, Abschuss bestätigt, Teamsieg und Gärten- und Friedhöfe-Partien. Zu guter Letzt haben wir die Spielersuche überarbeitet, womit es jetzt noch einfacher wird, Freunde einzuladen, Spielen beizutreten und Partien zu starten. Wir hoffen, diese Vorschau auf das spannende Tactical Taco Pack für Plants vs. Zombies Garden Warfare hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.